Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown. Soeben habe ich von Wenikraft erfahren, dass ein Geschenk auf mich wartet. Ich bin jetzt mal gespannt. So, dann plötzlich ruft mich der Herr sofort zu sich und sagt, guck mal da gibt es ein, ja da unten ist es tatsächlich, da gibt es ein Geschenk. Also habe ich das nicht von Wenikraft bekommen? Schade, hätte mich jetzt gefreut, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, hier in Animation Throwdown auch Sachen zu verschenken. Ich habe schon gedacht, was ist denn jetzt los? Wieso kriege ich ein Geschenk? Ja, der Herr sofort hat es aufgemacht und wir schauen jetzt mal rein, was da unten ist. Also ihr müsst, wie gesagt, geht momentan hier unten auf diesen, seht ihr es da unten links, hier diesen Werkzeugkasten, den roten Werkzeugkasten über der Piratenflagge, da unten ist dann alle Gegenstände, da müsst ihr dann runterscrollen, falls noch jemand nicht gesehen hat und dann da unten auf den Pumpkin Pack klicken und dann schauen wir mal. Ich habe auch diesen Dress Rehearsal bekommen, genauso wie der Herr sofort. Wie geil ist denn das? Da kämpfe ich mir einen ab in den Abenteuern, farme und farme und farme wie ein Bekloppte, kriegt dort nur Schrott und erwartet da unten eine epische Karte auf mich. What the hell? Was soll denn das? Übrigens, jo, also ich war jetzt auch ein klein wenig... Da habe ich ein Pack zu schnell durchgespielt. Oh mein Gott! Wo hast denn du den Boomhauer jetzt her? Ich habe keine Ahnung, ich habe ein Pack wahrscheinlich zu schnell durchgespielt. Äh, den Boomhauer, den hätte ich gern auch. Hast du den? Nein, den habe ich nicht. Nein, den habe ich nicht. So. Ähm, ja, der Herr sofort musste einen neuen Account anfangen, weil er leider... Seinen alten... Seinen alten Account, weil er... Weil er seinen alten Account, äh, nicht weiter nutzen konnte auf seinem neuen Gerät. Er konnte den nicht mehr übertragen. Auch nicht über das Congregate-Konto. Leider... Leider Gottes hat das nicht bei ihm funktioniert. Ich hatte auch bei Congregate nachgefragt. Da haben wir keine Chancen mehr gehabt. Er musste jetzt neu starten. Und... Ja, und jetzt kommt eben das richtig krasse. Also, wir haben uns ja schon ein paar Mal gefragt, ob der Forschungsbeschleuniger defekt ist. Weil wir ja alle, die bereits im ersten Monat aktiv waren, ähm, ja, nach wie vor zwei Stunden für... Für so ein Rare, eine Rare-Kombo, äh, 15 Minuten für eine Common-Kombo und so weiter, ne? Ja, sechs Stunden bei Epic, 24 Stunden bei Legendary. Äh, wir haben dann mal so zwischendrin gehört, dass das wohl, ähm, für uns, die im ersten Monat schon mit dabei waren, einfach so ist, dass wir den Bonus bereits hatten. Und die Leute, die neu mit hinzukommen, diesen Bonus nicht mehr haben. Ich hab's jetzt bei dem Herrn sofort gesehen und war ziemlich geschockt. Also, das ist mal richtig krank, ja. Also, der hat dann einfach mal, äh, zwei Seltene genommen. Ja. Die, ähm, sag ich mal, bei uns... Wie viele Stunden? Oh, ist er auch gleich fertig. Das können wir gleich mal hier austesten. In einer Minute 40 ist das Ding fertig. Äh, äh, zwei Seltene haben bei ihm acht Stunden gedauert. Oder dauern jetzt acht Stunden. Ja, die sind ja immer normaler vorzunehmen. Wenn die fertig sind, mach ich mal zwei Epics. Die will ich in einem Ding. Ich möchte mal gucken, was da rauskommt. Ähm, acht gottverdammte Stunden. Ich bin echt geschockt, muss ich sagen. Ja, das... Dieses kleine Vieh in der Windel. Ja. Ähm, das kenne ich auch noch aus irgendeiner Folge. Ja, ja, klar. Der Fry und Dr. Farnsworth. Oder Professor Farnsworth. Echt? Mhm. Wer ist denn bei dir drin? Sind da andere bei dir drin? Ja, ich hab Fry und Luis. What? Ähm... Ja. Ehrlich, wahr? Ja. Jetzt bin ich schon ein klein wenig überrascht. Geh mal bei dir da rein. Hä? Geh mal bei dir da rein. Ich bin gerade in den Kampf. Ins Labor, wenn der Kampf fertig ist. Okay. Okay. Also. Jetzt muss ich doch mal was gucken. Was ist das für eine? Fällt mir, oder? Ähm, ich hab jetzt hier einfach mal Fry mit Slurm, weil ich jetzt anfange, die Slurm-Karten zu kombinieren. Ich will Slurm und danach werden die Crack-Karten kombiniert. Oh, was hast du? Wie viele Elbische. Tja, das hab ich mir alles... Du hast diese eine, die ich hab... Hab ich mir alles erarbeitet. So, also. Jetzt muss ich doch mal gucken. Wo ist denn dieses Slurm jetzt? Da. Da ist Slurm. Ne, da ist so ein anderer Züttelsturm. Ach, ja. Okay. Alles klar. Also. Jetzt das hier. Dauert bei uns zwei Stunden. Habe ich's doch richtig in Erinnerung. Ganz normale, gottverdammte, zwei Stunden. Und wie viel dauert bei dir Let's Slurries? 24. Und Elbische? 6. 6. Ja. 6. Ja. Und bei dir dauert das hier 8 Stunden. Leute, Elbisch dauern 12 Stunden. Nein. Ey, das ist 4 mal so viel. Ups. 4 und 20. Also, wenn das, wenn sich das jetzt so bestätigt, also, schreib mir mal bitte unter die Kommentare, wie das bei den neuen Accounts ist. Äh, das würde ja bedeuten, dass, dass eine legendäre Karte, wenn das, wenn das den gleichen Multiplikator hat, vier Tage dauern würde, bis die fertige ist. Nur für eine einzige Kombo. What the hell? Hey, leg mich am Arsch. Da kann man ja echt froh sein, dass wir zu den Leuten gehören, die es im ersten Monat bereits gespielt haben. Ja, ich würde deinen Account, äh, dann würde es lieber auf dem anderen Handy, auf dem älteren Handy weiterspielen. Ja, toll, aber ey, überleg mal. Viermal so lange dauert das jetzt hier. Ja, wie schön, die kriegst du auch bei dem anderen Account, wenn du es ordentlich spielst. Aber das ist, das ist mal echt eine harte Nummer. Also, acht Stunden standen da tatsächlich bei ihm. Ja, acht Stunden ist nicht so viel, aber... Na gut, okay, also, ähm, schaut mal da unten in den, in den, äh, Werkzeugkasten rein. Dort wartet auf euch dann auch... Ne, ich weiß nicht, ob das generell epische Karten sind. Weiß ich nicht. Viertausend Gold? Äh, fünftausend, ich glaube. Jo, ich werde dann später wieder meine normalen... Folgen aufnehmen, genau. Ähm, ja gut, ich werde, kann ja, hier kann ich jetzt noch bei dieser tollen, super... Oh, da gibt's echt nur das hier. Dann kann ich noch ein einziges Pack aufmachen. Dann gucken wir mal da rein, was da drin ist. Ähm, sagen wir jetzt einfach mal die jüngische Spiegel. Kutschikopi! Hahaha, ja, Kutschikopi, ja, du weißt schon, was mir in der anderen Folge passiert ist. Ja. Okay, aber gut, ähm... Ja. Dann sag ich mal jetzt von hier aus, tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss. Wenn es wieder heißt... Ja, das ist ein Liken, ein Abo und einen Kommentar bei mir gleich da. Macht auch coole Videos. Dankeschön. Ja, vorhin habe ich einen Kommentar gehabt, der hat mich doch ein klein wenig gefrustet. Ich wäre ein bisschen, ich würde ein bisschen langweilig reden. Aber gut, ich denke mal, ähm, ich bin so wie ich bin. Ja, jeder Mensch... Andere finden die ruhigere Art etwas cool. Dieses Rumgekreische, Rumgeschreie, ähm, ist jetzt nicht wirklich meins. Ich kenne das, ich kenne das aus den Videos von dem Herrn Sofort. Da denke ich manchmal, oh mein Gott. Ja, du nicht, aber die Videos, die du dir teilweise da anschaust, da denke ich mir, ey, dass du noch keinen Gehörsturz hast, das ist nur echt ein Wunder. Also, sensationell. Äh, die sind dann wirklich wahrscheinlich hier auf Greg oder haben zu viele Kröten geleckt. Ja, also, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.